Am ersten Tag schuf Gott die Welt, und er sah, dass es gut war. Am zweiten Tag, er schuf Gott die Menschen, und er sah, dass es gut war. Am dritten Tag, schuf Gott die Musik, und er sah, dass es gut war. Am vierten Tag, er schuf Gott den Club, und die Menschen tanzen. Am vierten Tag, er schuf Gott die Musik, und er sah, dass es gut war. Am vierten Tag, er schuf Gott die Musik, und er sah, dass es gut war. Ich sagte, warum seid ihr so leise? Ja! Am fünften Tag bemerkte Gott, dass die Menschen doch immer nur zanzten. Und er sah, dass es nicht gut war. Gott wollte, dass die Menschen feiern. Da schien ein helles Licht vom Himmel herab. Und Gott sprach zu der Menge, Ihr seid so leise! Doch die Menge verstand es nicht. Doch er wollte sie hören, wie sie schreien und feiern. Und da sprach Gott zu der Menge, Warum seid ihr so leise? Leise! 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 Untertitelung. BR 2018